So, ähm, ich bring mal eben hier diesen Fliegenpilz-Suit um. Und ich schick schon mal vorne. So, ich bin jetzt mal kackendreist vorgegangen. Kackendreist? Kackendreist. Oh, hallo an alle Viewer, geht auf meinem YouTube-Kanal. Kawaiiingel. Gut, brav. Okay, warte mal, hab ich hier irgendwo einen Stift? Rauschtier. Hab ich irgendwo einen Stift? Hab ich hier einen Stift? Hab ich irgendwo einen Stift? Ich will mir jetzt ihren YouTube-Namen mal eben kurz aufschreiben. Damit ich das dann mal auschecken kann, was sie so macht. Damit sie dann Millionen von Klicks bekommt. Weil wir auch übelste die Zuschauer haben. Okay, warte. Äh, K-Waiiingel. So, okay. So, ich verbrat mal ein paar AP. Okay, hast du deinen Hund schon? Ja. Ich muss das noch machen. Aber die nächste Quest hab ich noch nicht angenommen. Äh, ich nehm wieder meinen Kampfhund. Mein Kampfhund. Kampfhund. Ich hab einen Titel erhalten. Oh, und wir können jetzt, ähm, geh mal wieder auf B. So, wir können jetzt erstmal, erstmal rüste ich jetzt meinen Kampfhund natürlich aus. Und dann, ähm, benutze ich diesen gesegneten Kristall, um die ganzen Tränke zu bekommen. Und dann benutze ich das, dieses magische Gefäß, um noch was zu beschwören. Hallo. Ich hab grad was beschworen. Also, um das Ganze nochmal zu erklären. Der Kampfhund ist ein Haustier, der mit uns mitrennt. Ähm, der quasi dann immer Items einsammelt. Falls ihr jemand was droppen lässt, dann geht er da hin und sammelt die ein. Dann diese, ähm, ich hab, ich bin aufgestiegen. Cool. So, dann hab ich grad irgendwie was bekommen, oder? Ein paar Stiefel. Äh, ne. Ähm, dann diese, diese gesegneten Kristalle kann man aller fünf Level aktivieren. Und ich hab jetzt hier zum Beispiel zwei Tränke bekommen. Was hier auch ganz nett ist, nicht? Ja. Oh, du rennst grad im Kreis, oder? Warte, ich mach mit. Um deinen Hund rum. Yeah. Verdammt, ich bin raus. Alter, wie machst du das so? Ach so, ach so, hier. Hallo. Hehehe. Ich kann mich auch so drehen. Uh, yeah. Uh, 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 yeah. Das kann ja auch, uh, 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 uh. Ja, okay, jetzt. Mir ist vollschwendig geworden und so. Ja, okay, wir müssen jetzt Quallen töten. Quallen töten. Quallen. Quallen. Quallen gespült. Dass wir an uns nicht machen, das weißt du. Nein, ich will da runter. Quallen. Quallen. Quallen töten. Töten. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Und ins Gesicht. Tot. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht. Und ich hab's ja noch nicht oft genug gesagt. Ins Gesicht. Mein Hund sammelt das ein. Echt? Ich hab meinen Hund das grad weggeschnappt. Hahaha. Jetzt mein Hund. Hebe's auf, Hund. Yeah. Hey, Bischau. Bei mir ist der Quest grad schon beendet. Bei dir auch? Auch. Okay, wo ist ein, ähm, guck mal eben auf die Map, wo man da hinmüsst. Achso, ja, jetzt müssen wir wieder da hin. Äh, guck mal auf die Karte und folge mir. Ich folg dir einfach. Okay, mein Herz. Ich folg dem Herz. Oder wir machen erstmal hier ein paar Viecher platt. Die ein bisschen über unserer Stufe sind, aber das macht nix. Fische skillen. Skillen. Genau, warte mal. Ich will bringen die einen Erfahrungspunkt. Muss ich mal direkt gucken. Nichts mehr ins Gesicht und Tauer. Nichts mehr ins Gesicht. Na, die bringen 12er. 12, ja, 12er. Ja, nee, ist jetzt nicht so die Welt. Kommst du mir? Komm schon, komm schon. Ja, 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 ich, ich laufe. Ich laufe schon. Ich laufe mein Herzchen her. Laufe mein Herzchen her. Ich laufe mein Herzchen her. Ich laufe mein Herzchen her. Ich laufe mein Herzchen her. Folge deinem Herzen. Mit Doppel, äh. Herz. Schreib mich gleich. Volldreiß den Chat. Herz. Ernsthaft. Mit geht n' mit dir? Ernsthaft. Ernsthaft. Mein Gott, du bist schneller, oder? Sie verfolgt mich. Sie verfolgt mich. Ich benutze Saltos. Und ich schlage Haken. Warte hier. Schlage Haken. Jetzt geh ich da lang. Jetzt geh ich wieder da lang. Jetzt geh' ich wieder da lang. Du kannst mich nicht stoppen Für was sind Gärtnerhandschuhe? Ähm Für Unkraut jeden In der Gruppe steht gerade im Gruppenchat Hat sie gerade geschrieben Für was sind Gärtnerhandschuhe Und da habe ich jetzt geschrieben Für Unkraut jeden Ist ja so, oder? Ähm, ja Na, ist der gut? Ich mache gerade Kristallumwandlung Alter, was ist denn das alles? Ich habe gerade keine Kristallumwandlung Äh Ach so, Handschuhe Kommt drauf an Äh Bist du Magier oder Krieg? Ja, ich glaube Magierin war sie, oder? Ich habe keine Ahnung So, okay, da muss ich mal jetzt Magier Dann Wurde mal, wie heißen die anderen Handschuhe? So, erwähnen wir mal mit Athena Marie Athena Marie Quest beendet, yay Nimm sie einfach mit So, okay, ähm Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen Hochfeldpilz Hochfeldpilz Cause Leute Thor Hochfeldpilz, Plätze So Plätze Kim Und dann Zugnite oder so Pils, Pils, Pils und mehr Gegner weg das so gedacht wurde ich brauche die Kapitel das so gemerkt ist größer als du darfst wenn ich dachte in der Weile von der Asien halblägen ist wegen der Aborten kleine Treck die in vier also er hat er hat mir das ja wenn ich schütteln und die man nicht mit Absicht nicht gut nicht die Fresse so auf den Kopf springt und dann so du hast viel gegen Magie Boots erlernt Magie Boots ich glaub magie Boots oder Boots Boots ich weiß es nicht mehr es steht nicht mehr da Ne Magie Boots alter Boots Digga Boots wo sind denn die Schallsporen hier stimmt das ist ja da muss man auch noch welche nehmen Busy Busy Kurdistan ich mach es auf die Babo Art wo sind die verdammten Sporen ich find die nicht war noch ihr ich hab welche gefordert der magische Hund von die Lucy verpisst sich grad irgendwie der wird da irgendwo rum er kommt zurück mein Hund und sammelt mir Zeug ein wo bist du denn Herz ja so bist du mein Herz ist auch weg ach so mir fehlt noch ne überrichtende Sprosse verdammt mir fehlt ja noch ne überrichtende Sprosse warte ich bin doch im Wald oh ja der Wald ist so weit entfernt ne mir fehlt noch ne überrichtende Spore von ner überrichtenden Sprosse ja ja siehst du siehst du die die hab ich ne ich nicht ich nicht ich nicht weil mein Hund Hund war voll voll cool und der Hund Hund war voll voll cool 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 und hart hart da da was was mitgenommen na no 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 mon mon nono no 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 man Jo, ok Ich bin schon unterwegs Ich bin sofort da Mein Kekschen Was? Es bleibt auf mir vorbei Ja Wie immer Versteck mich jetzt Alter, ich will mit der Tuse da reden Und ne mit dir Die steht voll drin Die steht in der Quest Gamerin drin Wie kannst du? Äh, einfacher Zauber, ja, keine Ahnung Ist mir egal Naja, ich weiß nicht Es geht, Digga Wo bist du grad? Ach, mein Herz kommt wieder zurück Herz Ja, ich, ähm, Dings Die von, die Quests von diesem Von dem Bär Del 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 Nehme ich auch an, oder? Können wir grad sagen, annehmen, Farbezeugen? Dann beide Ja, annehmen, Ausrufezeugen Beide? Ja, beide Weil wir einfach mal so hart sind Alles töten Hart Hart Läs Voll witzig Voltages Herz Oh, ich hab leckeren, frischen Magieschleim geerntet Kann ich mir morgen aufs Brot schmieren Oh, lecker Oh, ja, du hast voll dein Übelsten Feuerzauber benutzt Weil er einfach mal so voll episch ist Na, total Bist neidisch? Ja Ja, ich werde mal sehen, was ich dann später noch für Klassen mache Ey, greif mich die scheiß Quale von hinten an Oh, ne, es ist so ne versteckte Quale da, ey Ja, ja, ich helfe dir mit meinen liebsten Skills Ich komm gar nicht dazu, meine Skills zu benutzen Hier Ich benutze die nur Nein, 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 geh weg Geh weg ins Gesicht Geh sterben Was soll ich jetzt machen? Kalkstein-Golem zu besiegen Ähm, ja, was bräuch ich noch? Kalkstein-Golem, äh, Ansturm Damn So So Übelrichtende Sprache, da muss ich auch noch irgendwas holen Ja, ich sammle hier die ganzen Voltagen, Voltagen, ne, Arzneim Übrigens, Chikaria, guck dir das mal an, wie schnell die levelt Ist schon auf Stufe 5 Okay Ich such noch mal Spaß Ich bin doch egal, was die macht Ich bin interessiert, ne Wir nennen wir dann eigentlich unsere fette, geile Gilde Ähm, ähm, ja Ich mein Ah, hier Wenn wir schon der Peter und die Lucy heißen, dann heißen wir das wahrscheinlich auch einfach die Gilde Ich wollte gerade sagen, die Gilde, passt auf, perfekt So, gut, jetzt war ich schneller als du Ha Ich war schneller als mein Hund Ich kam voll angerast und wollte mir hier voll übelst hart, ähm Alles wegnehmen Ja Alles wegnehmen, was ich besitze Von hinten Ich leuchte grün Ich glaube, du bist wieder vergiftet oder sowas, äh Das war bei mir doch auch Ich war jetzt schon wieder schneller als mein Hund Ähm, ich hab alles Ich noch nicht Nein, Besieger Ach, ich muss noch noch ein paar Pilze besiegen, dann Muss noch Dann Ja, genau Langsam wird's blöd Ich weiß Aber du kannst gar nicht anders, oder? Ich kann nicht anders Ich kann nicht anders Ich kann nicht anders Okay, ähm So So Ähm, ähm Ich hab alles Ich hab alles Ich hab alles Ich hab auch alles, Digga Ich bin aber als erster da Hörger Stimmt Wird wahrscheinlich sogar so sein Nein, wie kannst du nur, wie kannst du nur Jetzt mich zu schnell, als naja, eigentlich nicht wirklich schneller, aber Ich hab' ich eher losgerannt Du Arsch Ich schieb, ich kann nicht schnur Ich kann nicht schnur Yeah Oh, was hab ich jetzt für die Christen genommen? Großmöglichkeit Was hab ich jetzt noch? Großmöglichkeiten, Sammler, heiliger Kristall Okay, hier Ähm Oh, und jetzt müssen wir wieder so ein Dokument irgendwie übergeben Weil wir einfach mal so Bots-like sind So Okay Schön, bisschen die Rüstung verändert Auch wenn man's nicht sieht Aber ich hab's hier verändert Kann ich euch Könnt ihr mir glauben So Ähm Übersetzt ist Wir müssen jetzt mit Kev reden Mit Kev-Kev Oh Chenowaki Wollen wir die einfach mal an die Gruppe auf Ne, wir wollen wir mal Chenowaki Laten wir mal an die Gruppe ein So Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hat's abgelehnt, na gut Auch nein, jetzt ist das mit dieser Höhleninstanz Scheiße Scheiße Wenn es ist okay, dann sieht es ja just as Und es ist okay, dann sieht es ja so schon mal an die Gruppe hier Und es ist ja auch so Ja, dann sieht es ja nur noch mal an die Gruppe hier Und es ist ja auch so